Oh, war das wohl meins? Geh doch weg, Mann! Alter, wie viel damage ich geh... Alter! So. Ups! Upsala! Das tut mir ja fast leid. Hagebuttentee! Weißt du was gegen Hagebuttentee? Aber das mal fünf... Oh mein Gott, ich hab grad beim Essen, hab ich, äh, Rechtsklick gemacht, ne? Und weißt du, was das bedeutet? Was? Ich hab Redstone geplantet, beim Schlagen. Ne, beim Essen. Spawn... Ja, ich hab halt gegessen, dann hab ich geswitcht, wollte zum Schwert... Aha. ... und schalt Redstone das. Glaub ich dir. Dankeschön. Echt, Junge? Ich hab nimmer so viel. Ich hab nimmer so viel. Letztes so endet wie letztes Mal, weißt du noch? Ne. Nö. Ne, ne? Jo, mit nem Dürmannschwert kommt dir hier an, ne? Ich wollte es hier so viele spawnen. Finde ich echt toll. Das ist der Hammer. Das ist echt der Hammer. Also ich hab mir das, welches Level bist du? Neun. Ist dein Ernst? Oh, das hat sich, das läuft hier richtig fertig. Wieviel hast du? Ach, 29. Ach, das ist ja toll. Ich kille jetzt einfach random Mobs hier. Oh, ich hab, ich hab eine, 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 eine Plan, wie ich ein bisschen Erfahrung krieg. Monsterfalle? Nein. Ich töte dich und dann krieg ich Erfahrung. Genau. Das war nicht knapp. Ne, war überhaupt nicht knapp, ne? Ich find schön, dass es jetzt tag wird. Das lohnt sich dann richtig zu fahren. Geben Pferde viel Erfahrung. Ne. Alter, Pferde gibt voll viel Erfahrung. Mega. Ja, auch wir brauchen doch kein Leder. Alter, wir brauchen Leder. Ich muss erst mal meine dreieinhalb Stacks Eisen wegbringen, ne? Für jeden. Okay, jetzt ist eh Tag. Ja. Ich schubste dich. Dankeschön. Das hab ich echt gebraucht grad. Ich weiß. Äh, hast du noch Futter dabei? Ja. Magst du mir mal geben? Weißt du was? Ich geh jetzt übers Feld. Ich geh jetzt einfach mal rüber und sag dir, wie viel es gegeben hat, okay? Okay. Ne, du musst raten. Zwei, ey, warte, ich sag, äh, fünfeinhalb Stacks Weizen. Bist du gewundert, als ob. Ich sag's einfach. Okay. Ja. Das ist meine Logik. So, ich geh jetzt mal hier ganz tricky irgendwo hin. So, liebe Zuschauer, jetzt wird's richtig spannend für euch, was ich jetzt hier mache. Was machst du? Nix. Nichts. Melonen-Farm. Nein. Ich farm jetzt Level. Oh, da freut sich der Niklas Mennersborn. Da liegt ein Korn bei ihm. Ja, toll. Da kann er so viel essen. Ja. Ja. Alter, wenn hier jetzt auf dem Feld ein Creeper losgehen würde, ne? Haben wir eigentlich schon ein Nether? Oder wo? Ach so, ich weiß nicht. Ja, 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 bei uns im alten Dorf, aber der war ja so toll, wo wir so weit, ach nee, das war in der PvP-Welt, ne? Muss ich dir ganz kurz erklären. Ja, so übelst, ähm, bei, also auf meinem Server, ne? Ja. Also, wir gehen in Nether und landen auf Bedrock. Toll! Das ist super, wir sind auf Höhe, glaube ich, warte, welche Höhe war das, was wir nicht lügen, äh, Höhe 5. Ach, das ist echt lustig. Und über uns war der Lama-See. Ah. Das heißt, wir konnten nichts machen. Erzähl, Junge, erzähl. Das ist ja toll. Du sagst 5,5 Stacks, oder was? Ja. Das ist eine Lama-Backe, Junge. Eine Lama-Backe. Stell dir mal vor, man könnte auf eine Hacke Glück machen und dann, wenn man das, wenn man dann Weizen abbaut, dann kriegt man auch mehr. Wäre ja gar nicht krass. Das ist ja echt nicht überhaupt, das ist überhaupt nicht krass, ne? Nö. Nö, weil ich normal. Das wäre spezialgelagert normal. Genau. Alter, wie schnell geht denn Weizen bitte voll? Weiß ich nicht. Ich brauch was zu futtern, ne? Mach ich mal was zu essen, was ich bringe? Ich bin hier gerade unten. Das ist mega, ich bringe was zu essen. Machst du Strip-Mining, oder was? Ne. So, dann, 21. Du machst Strip-Mining. Bald bin ich Level 22. So, und Level 22. Gleich Level 23. Und. 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 23. Alter, weißt du noch, als wir auf dem, auf dem einen Server waren? Also, wo man bauen konnte. Mit dem, ja, ja, der war geil. Alter, wie viel Level wir durch Nether Quartz gefaumt haben, ne? Voll übel. 90, 120 Level oder sowas. Stimmt. Ich mach das jetzt, glaub ich. Einfach nur um Level 30 zu kommen. Ich bin Level 23, lohnt sich also jetzt lohnt sich's, ne? So. So, warte, einfach kurz mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stacks Redstone reingetan. Ist eigentlich auch toll. Wollt ihr einfach das Zeug aus dem Ofen? Eigentlich auch nicht schlecht. Eine Idee. Alter, warum bist du gerade so laut geworden? Weiß ich nicht. Also, untergesteuert wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Hast du, hast du dein Zeug schon reingezahnt? Nee, gell? Nein. Dann tust du mal rein. Ich bin Level 26. Ja, ich bin grad auf dem Feld. Sammy. Sammy. Was? Du hast keine Ahnung von nichts. Warum? Also. Du hast ja 5,5 Stacks geschätzt. Ja. Komm mal zu mir, okay? Das ist der Redstone. Ey, da trägst du ja noch was. Ja, das sammle ich grad ein. So, ich geh jetzt hin, aber. Nein, komm mal her. Komm mal her. Okay. Sammy, das musst du mit eigenen Augen. Ja, mach ich. Also, soll ich dir sagen? 7,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7. Ah, okay. Ja, da lag ich ja fast richtig, du. Ja. So, jetzt erst mal Brot machen. Alter, ich lieb das Lied, was grad kommt, ne? Ja, ich auch. Ich auch. Ich lieb das auch. So, wir haben zwei Stacks Brot. So, jetzt muss ich hier Nether Quartz finden. Hab ich hier, ja, ich hab ich Ding. Okay. Alles klar, jetzt geht's los. Hast du Nether Quartz, oder? Nein, ich suche jetzt Nether Quartz. Ja, hast du noch keins? Hä? Nein. Ich geh jetzt und guck, wo ist Nether Quartz. Was bist du eigentlich für ein Tozenblot? Ja, so ist das eben in der Landschaft. Achso, ich dachte, ich dachte, hier wäre Kohle. Okay, komm, 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 komm. Erstmal wieder alles anbauen. Also überhaupt nicht übertrieben mit Nether Quartz. Sammy, ich baue keine automatische Farm, oder? Nein. Das lohnt sich doch gar nicht. Wo soll ich meine bauen? Nein, lass. Das muss Niklas machen. Weil er hat so viel schon im Let's Play. Niklas macht eh nicht mehr mit. Der hat so viel dazugesteuert, ne? Also, macht euch schon mal drauf gefasst, dass Niklas zufälligerweise das nächste Mal auch nicht kann, leider. Oh, das ist natürlich schade. Wetten, der hat keinen Bock mehr danach, wenn er sieht. Ja, glaube ich auch. Er wird sich freuen, wenn ich ihm morgen sage, oh, wir haben wieder die nächsten 40 Folgen. Ja, wir sind jetzt bei 1 Stunde 10. Also 1 Stunde 20, weil ich ja nicht am Anfang aufgenommen habe. Alter. Das ist gar nicht so lang, gell? Ja, gell? Geht eigentlich vor. Irgendwie kam es länger vor. Mir nicht. Echt? Nö. Oh, ein Weizenbefarm. So. 28, 29. Ist echt nicht übertrieben mit Nether Quartz. Ach, toll. Runtergefallen. 29 Level ist ja nicht übertrieben. So. Ich will jetzt da hoch. Oh, wo ist der Nether Quartz? Da hinten ist der. Vor allem, das gibt es halt so oft, ne? Nee. Nee. Ist halt mega übertrieben. Ist voll wenig. Ich glaube, das gibt es gar nicht mal öfters wie Kohle, aber du findest es halt viel öfter einfach dadurch, dass es so eine Riesenhöhle ist. Nee. Zeig es mal. Nein. Ich findest es halt ein bisschen übertrieben. Kaum. Ich find's eigentlich echt kaum. Minimal. Kaum minimal. Genau. So, komm, lass mich hier bitte Level 30 werden. Hörst du eh. Nein, aber ich find... Ach, jetzt muss ich noch mehr suchen, Mann. So. Alter, wie das mit Skype rauscht, das ist ein bisschen scheiße. Nee, das ist eigentlich voll toll. Das ist Qualität von Skype. Ja, warum rauscht denn das? Warum hat der denn auch so ein Rausch... Rausch, äh, Ding? Filter. Filter, genau. Wie bei TeamSpeak. Vorne, mein Vater ist der Coolste. Wieso? Der hat sich jetzt das 50mm Stand objektiv geholt. Ja, hast du mir schon gesagt. Nein. Doch. Echt? Ja. Loll. Und? Ich darf vielleicht... Äh, ich geh auf Austausch und... Äh, geh ich... Wenn ich auf Austausch stehe, dann darf ich vielleicht die Kamera mit nach Erlern nehmen. Oh, ist so eklig. Ja, schon. Aber nur... Aber das liegt daran, dass ich wackelpudding daran so... So, als ich bin in Level 30, aber ich bin trotzdem noch das Nähdach quarrt mit. Wollen wir gleich wieder entschärten? Ich bin nicht auch dafür, aber ich bin auch in Level 29, ne? Bring mir mal ein paar Level mit. Achso.